Wir sind Jule und Marc Prinz. Wir kommen aus der schönen Eifel und machen Zukunftssport seit 2015. Am Carni-Kurs begeistert uns das gemeinsame Erlebnis mit dem Hund in der Natur und vor allem zusammen über die Trails zu fetzen. Zu unseren größten Erfolgen seit 2015 für das Team Wilde Prinzen Bell for Racing zählen bisher zwei Weltmeistertitel, drei Europameistertitel, fünf Vize-Europameistertitel und insgesamt 13 Deutsche Meistertitel. Das erste Lieblingsprodukt von mir ist das Bell for Fitnesspulver. Das haben wir zusammen mit Bell for entwickelt und das nutzen wir fast täglich, vor allem im Training für die Sporthunde. Das zweite Lieblingsprodukt sind die Gelenk- und Knochenkapseln. Das finde ich in Verletzungsphasen bei den Hunden ganz toll oder auch für die Senioren. Mein Lieblingsprodukt sind die Hirschgeweihe, weil es einfach 100% natürlich ist und die Hunde sehr lange damit Spaß haben. Hi, mein Name ist Moritz Rasmus-Siebert. Ich bin 18 Jahre alt. Ich mache jetzt seit vier Jahren ungefähr Zugkundesport. Ich bin fünfmal Deutscher Meister, zweimal im Bike-Höring in der Jugend und dreimal im Scooter in der Jugend. Ich bin einmal Weltmeister in der Jugend auf ICF, einmal Europameister, ICF-Jugendscooter und einmal jetzt amtierender Vize-Europameister. Bell for fütter ich eigentlich dadurch, dass Cashy von Anfang an das Gewohne ist von Juli und Marc. Die haben es gefüttert. Er kennt es quasi von Anfang an. Auch mit dem Aktiv, was ich jetzt momentan im Rennbetrieb fütter. Läuft super. Ich habe eigentlich super Ergebnisse dafür, dass er gerade so jung ist noch. Passt einfach alles. Ich habe eigentlich gar nicht ein Lieblingsprodukt, sondern ich würde eher sagen, zwei sind so meine Favorites. Das ist zum einen einmal die Fitnessriegel und das Fitnesspulver. Die Fitnessriegel kriegt der Cashy vor dem Rennen, so ungefähr drei Stündchen. Und nach dem Rennen kriegt der Cashy dann in einem Shake quasi das Fitnesspulver mit Wasser zusammen aufgemischt und es ist perfekt zur Regeneration. Das sind so meine Favorites. Das sind so meine Favorites.